William K. Stewart 3. In Gesellschaft Jesu. Der Sherlock Holmes Adventkalender. Die sieben Todsünden. Nach den Charakteren von Sir Arthur Conan Doyle. Gelesen von Mark Schülert. Während Somerset und seine Mannschaft am zweiten Tatort mit Standardermittlungen fortfuhren, darunter die Befragung der Nachbarschaft, begaben sich Holmes und ich nach Mayfair. Unser Ziel markierte die katholische Kirche in der Farmstreet, die dort 1849 errichtet worden war. Sie werden mich doch nicht zu einer privaten Ohrenbeichte zwingen, scherzte ich, als wir vor der neogotischen Fassade ankamen. Ihnen dürfte klar sein, dass wir als Anglikaner nicht dazu verpflichtet sind, schon gar nicht vor einem katholischen Priester. Keine Sorge, Watson, erwiderte Holmes. Sie können ihre Sünden und Verfehlungen gerne für sich behalten, wie es gute Anglikaner eben tun. Alle dürfen beichten. Keiner muss, einige sollten. Aber deshalb sind wir ja hier, weil in dieser Einrichtung die Dinge etwas ernster genommen werden. Das sieht man schon an der Widmung, konstatierte ich mit einem Kopfnicken. Die Kirche der unbefleckten Empfängnis macht päpstlichen Dogmen alle Ehre. Mehr als das, ergänzte mein Freund, denn sie wird von der Gesellschaft Jesu betrieben. Die Ordensangehörigen bekennen sich in besonderer Weise zum Gehorsam gegenüber Rom, wenngleich es diesbezüglich zwischenzeitlich Querelen gab. Kurz gesagt, bei den Jesuiten sind wir an der richtigen Stelle, wenn es um religiöse Übertreibung geht. Mit diesen Worten öffnete er das Tor und schob mich mit der anderen Hand in das Gebäude. Das Kirchenschiff, in dem wir uns nun befanden, war etwas schlichter als von außen anzunehmen. Doch in der Ferne, die Räumlichkeit war gewiss für 500 Besucher angelegt, erkannte ich einen pompösen Altar vor einem bunten Rosettenfenster. Anwesend war anscheinend niemand. Wir schlenderten nach vorne und sahen uns um. Gänzlich unvermittelt stand plötzlich ein junger Mann hinter uns, der uns ansprach. »Tut mir leid, meine Herren«, sagte er. »Alle Brüder des Kollegen haben sich zum Gebet zurückgezogen. Aber vielleicht kann ich ihnen helfen.« Unser Gegenüber trug adrette Straßenkleidung, einen sauberen Scheitel im leicht lockigen Haar, einen Oberlippenbart sowie eine runde Brille. Offensichtlich war er kein Angehöriger des Jesuitenordens. Daher meinte Holmes, »Nun, Sie sind wohl nicht die richtige Ansprechperson, wenn mein Freund hier die Beichte ablegen möchte. Nicht wahr?« »In der Tat«, bestätigte der junge Mann, »ich bin nur der Organist der Kirche der unbefleckten Empfängnis.« Doch dann wurde er stutzig, zögerte einen Moment und erklärte schließlich, »Ich kenne Sie doch. Aus der Zeitung. Sie sind Sherlock Holmes, der berühmte Detektiv.« »Ganz recht«, erwiderte Holmes. »Und Sie sind?« »John Francis Brewer«, antwortete der Mann und reichte zunächst Holmes und dann mir die Hand. »Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich muss gestehen, ich hege selbst ein gewisses Interesse an Verbrechen. Nicht als Täter, versteht sich.« In diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass ich von Mr. Brewer schon gehört hatte. »Natürlich«, meinte ich, »Sie sind der Verfasser des Buches »Der Fluch des Mitre Square«, in dem Sie die Frauenmorde des Vorjahres verarbeitet haben. Ich habe es gelesen. Es ist Ihnen wohl nicht gelungen, in der Zwischenzeit die Identität von Jack the Ripper zu entlarven. Aber nein«, entgegnete Brewer, »ich verfasse in meiner Freizeit lediglich Fiktion, ausgehend von realen Ereignissen. Die Lösung von Kriminalfällen überlasse ich den Experten. Was mich zu einer naheliegenden Frage führt, ermitteln Sie gegenwärtig in einem Fall? Sind Sie deshalb hierhergekommen?« »Das ist korrekt«, sagte Holmes. »Über den Fall selbst können wir natürlich nicht sprechen. Doch wir hatten die Hoffnung, hier Hintergrundinformationen einholen zu können. Daher hätten wir gerne mit einem berufenen Scholastiker über einige theologische Fragen gesprochen. Es ist bedauerlich, dass gegenwärtig niemand Zeit für uns zu haben scheint. »Vielleicht wollen Sie die Angelegenheit mit mir erörtern«, schlug Brewer vor. »Ich bin Absolvent der katholischen Schule in Kensington und seit acht Jahren in der hiesigen Gemeinde aktiv. Ich mag nur die Orgel spielen, doch ich verfüge über umfassende Einsichten.« Holmes und ich wechselten einen kurzen Blick, ehe Holmes auf das Angebot einging. »Nun gut, Mr. Brewer. In unseren Ermittlungen scheinen die sieben Todsünden eine gewisse Rolle zu spielen. Ihnen gilt unser Interesse. »Die sieben Todsünden«, wiederholte der junge Mann nachdenklich. »Nun, Superbia, Avaratia, Luxuria, Ira, Gula, Invidia, Arcadia werden landläufig wohl so bezeichnet. Richtiger wäre es allerdings, sie vielmehr als Hauptlaster zu betiteln. Sie sind eigentlich nur schlechte Charaktereigenschaften, wenn man so will. Sie sind somit zwar Wurzel und Ursache von Sünden, doch diese sind immer konkrete Taten. Erst eine einzelne, genaue Betrachtung der Untat definiert eine solche als Sünde oder gar als Todsünde.« »Ich verstehe«, meinte Holmes, »es wäre also falsch, diese Eigenschaften per se schon als Sünden zu sehen. Entscheidend ist das menschliche Tun. Und was wäre die Strafe, wenn eine Todsünde vorliegt?« »Die Höllenstrafe. Ewige Verdammnis«, erläuterte Brewer, ohne mit der Wimper zu zucken. Doch der gütige Gott vergibt dem Sünder, sofern vollkommene Reue und Buße vorliegen. Der reuige und bußfertige Mann entgeht der Strafe im Jenseits. Für das Diesseits sind freilich das Strafgesetzbuch und die weltliche Rechtsprechung des Staates zuständig. Das sind natürlich gänzlich unterschiedliche Dinge. »Und doch hängen sie zusammen«, insistierte Holmes. »Die meisten unserer Gesetze beruhen zumindest indirekt auf christlichen Moralvorstellungen. Ist es denn gerechtfertigt, für solche Verbrechen, die gleichzeitig als Todsünden anzusehen wären, die Todesstrafe zu verhängen?« »Keinesfalls«, entgegnete Brewer. »Und dies ist ja auch nicht Standard in den zivilisierten Ländern und ihren Rechtsordnungen. Eine schwere Sünde vor Gott deckt sich nicht zwingend mit einer schweren Straftat gegenüber der Gesellschaft, wie sie die Gesetzgebung und die Jurisdiktion verstehen. Die Todesstrafe als letztes Mittel zum Schutz der Sicherheit und Ordnung bedarf meines Erachtens einer guten Begründung. Aber das ist eine politische Angelegenheit, keine theologische. In der Vergangenheit waren die Kirchen aber nicht immer so zimperlich, warf ich auf provokante Weise ein. Über Jahrhunderte wurden Menschen getötet, weil sie die falschen Gedanken vertraten, wegen angeblicher Ketzerei oder Ähnlichem. Brewer faltete die Hände wie zum Gebet, was offenbar ein Zeichen dafür war, dass er die Ruhe zu bewahren gedachte. »Gewiss«, antwortete er, »die Geschichte der christlichen Kirchen ist auch eine gewaltsame, denn sie stehen nun mal nicht außerhalb der Gesellschaft. Die Maßstäbe des Mittelalters waren andere, weltlich wie christlich. Wer aber heute mit Übereifer gegen andere vorgeht, macht sich selbst der Sünde schuldig. »Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden.« Matthäus 7, Vers 1 Holmes nahm den biblischen Faden sogleich auf, um etwas konkreter zu werden. »Kommen wir doch wieder zu unserem Fall. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.« Markus 10, Vers 25 Und an zwei anderen Stellen der Evangelien »Ist Reichtum per se zu verurteilen, muss er gar bestraft werden.« Brewer schüttelte den Kopf. »Redlich erworbener Wohlstand ist nicht verwerflich. Doch Habgier und Geiz sind es. Der Mensch ist zur tätigen Nächstenliebe und Wohltätigkeit angehalten. Caritas kann als Kardinaltugend angesehen werden, als Gegenstück zur Avaritia. Es obliegt dem Urteil Gottes, ob ein reicher Mann dieser Anforderung entspricht.« »Man kann sich also freikaufen«, behauptete ich, »durch Spenden und soziale Zuwendungen.« »Aber nein«, widersprach Brewer, »caritas muss vom Herzen kommen und zur größeren Ehre Gottes dienen. Man kann Gott nicht täuschen oder überlisten. Doch ich denke, wir schweifen ab. Mr. Holmes fragte nach einer etwaigen Bestrafung von Reichtum. Und eine solche ist natürlich nicht zulässig. »Was ist mit Arcadia?«, setzte Holmes fort. »Faulheit, Ignoranz. Wie schwer wiegt eine Verfehlung auf dieser Grundlage?« »Trägheit des Geistes kann zu einer schweren Sünde werden«, erwiderte Brewer, »wenn dadurch wichtige Verpflichtungen vernachlässigt werden. Dies betrifft zunächst Nachlässigkeiten gegenüber Gott. Aber in weiterer Folge auch gegenüber Mitmenschen. Eine bedeutende Aufgabe, die man übernommen hat, ist auch mit Hingabe zu erfüllen. Falls andere durch Unterlassung zu Schaden kommen, so handelt es sich um eine durchaus ernste Angelegenheit. Ohne Reue und Sühne erwartet einen die Strafe vor dem göttlichen Gericht. »Aber nicht im Diesseits«, murmelte Holmes. Brewer überlegte kurz, dann meinte er, »Nun, ich will mich nicht in Ihre Ermittlungen einmischen, meine Herren, aber ich darf doch gewiss einen Verdacht äußern, nicht wahr? Gehe ich denn recht in der Annahme, dass Sie es mit einem Täter zu tun haben, der nach dem Muster der sogenannten sieben Todsünden auf eigene Faust Urteile spricht und vollstreckt?« Ich war überrascht, weswegen mir die Bemerkung entfuhr, »Woher wissen Sie das?« Holmes warf mir einen strafenden Blick zu, denn ich hatte somit die Bestätigung für Brewers Vermutung geliefert. »Also ist es tatsächlich so«, nahm der Kirchenorganist seinen eigenen Faden wieder auf. »Nun, ich muss sagen, das wäre ein vortrefflicher Stoff für eine spannende Geschichte. Ein Serienmörder, der mit religiösem Übereifer Menschen richtet und dadurch selbst zum Gerichteten werden muss.« »Warten Sie bitte noch, ehe Sie diese Geschichte zu Papier bringen«, bat Holmes. »Ebenso möchte ich Sie ersuchen, vorerst niemandem davon zu erzählen. Sollte die Presse davon Wind bekommen, so würde dies die laufenden Ermittlungen nicht gerade erleichtern. Und sie sind ohne dies schon schwierig genug.« »Selbstverständlich können Sie sich auf mich verlassen«, versicherte Brewer rasch. »Da ich nun schon aber mehr weiß, als ich wissen sollte, können Sie mir doch auch die Fakten darlegen. Vielleicht ergibt sich aus der theologischen Analyse eine Spur.« Nachdem mir Holmes auffordernd zugenickt hatte, erstattete ich Bericht. »Es gibt bislang zwei Mordopfer.« Zunächst traf es einen wohlhabenden Textilunternehmer, der mit einem Messer übel zugerichtet wurde. An der Schlafzimmerwand stand das Wort Avaritia geschrieben. Der zweite Tote ist ein Politiker. Ihm wurde ein Dolch ins Herz gerammt. In seiner Brusttasche fanden wir ein Stück Papier mit der Aufschrift »Arcedia«. Ich zögerte einen Moment, bevor ich das verstörende Detail über Mr. Talbot ebenfalls preisgab. Zudem wurden dem Mann die Hände abgetrennt. »Die Hände?«, fragte Brewer entsetzt. »Das ist ja abscheulich.« »Gewiss, das ist es«, stimmte Holmes zu, »aber kann es eine besondere Bedeutung haben?« »Es könnte sich um eine Spiegelstrafe handeln«, antwortete Brewer. »Das Verbrechen wird durch die Bestrafung erwidert. So wird zum Beispiel einem Dieb die Hand abgehackt, mit der er die Tat begangen hat. Zugegeben, eine etwas archaische Herangehensweise. Doch ist es möglich, solche Art Bestrafungen aus alttestamentarischen Stellen abzuleiten. Heutzutage wird derartiges allenfalls noch in islamischen Gesellschaften praktiziert. In der christlichen Welt ist das längst überwunden. Abgesehen freilich von der Hinrichtung von Mördern. Wer Blut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Genesis 9, Vers 6 »Dann hätte unser Täter eine doppelte und eigentlich unnötige Strafe verhängt«, stellte Holmes zweifelnd fest. »Welchen Sinn hätte es, einem Toten auch noch die Hände abzutrennen?« »Es erscheint übertrieben«, entgegnete Brewer. »Doch geht es vielleicht um Symbolik. In diesem Fall bezieht sich der Täter womöglich auf untätige Hände. Dem Politiker wird Arcadia vorgeworfen. Er braucht seine Hände nicht. Und beim ersten Mord fand sich keine vergleichbare Verstümmelung? »Das kann man nicht gerade behaupten«, konstatierte ich. Dem Opfer wurde die Kehle durchtrennt. Aber darüber hinaus war der Leichnam mit dutzenden Stichwunden übersät, die für den Mord selbst keine Notwendigkeit darstellten. Was sagt uns diese Symbolik? Brewer musste einige Sekunden nachdenken. Doch dann lieferte er eine mögliche Erklärung. »Nicht die Stichwunden sind der Hinweis, sondern der Schnitt durch den Hals ist es. Der Vorwurf lautet Avaritia. Das Opfer konnte den Hals nicht vollbekommen.« Ich fand es ein wenig beunruhigend, wie gut sich unser Gesprächspartner in die Psyche eines geistig verwirrten Serienmörders hineinversetzen konnte. Doch seine Hypothesen hatten zweifellos etwas für sich. Wie uns dies alles bei unseren Ermittlungen weiterhelfen sollte, erschloss ich mir allerdings noch nicht. Holmes hatte seinerseits genug gehört. »Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einsichten, Mr. Brewer«, sagte er. »Sie haben die betenden Jesuiten würdig vertreten. Nun wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Sie haben bestimmt auch noch anderes zu tun.« »Da haben Sie recht, Mr. Holmes«, erwiderte Brewer. »Ich muss mich an der Orgel noch ein wenig an Händel versuchen.« Wir verabschiedeten uns und verließen die Kirche der unbefleckten Empfängnis. Unser nächstes Ziel war die Baker Street, wohin wir Inspektor Lestrat zu einer Besprechung über die bisherigen Ermittlungsergebnisse geladen hatten. Auf dem Weg dorthin blieb Holmes erstaunlich wortkarg. Hin und wieder summte er eine Melodie. Ich bin mir recht sicher, das eine oder andere Stück von Friedrich Händel erkannt zu haben. Und als wir bei unserem ehemals gemeinsamen Zuhause ankamen, schloss mein Freund seine musikalischen Darbietungen mit dem Halleluja ab.